So vielfältig wie die Produkte bei dm sind auch unsere Kundinnen und Kunden. Bunt und laut, mutig aber herzlich, stark und unabhängig, kreativ und inspirierend und dabei immer einzigartig. Warum dm und alle, die hier einkaufen und sich verwöhnen lassen, so gut zusammenpassen, hat nicht nur einen Grund, sondern ganz viele, nämlich 7000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ganz Österreich. Da gibt es die Zentrale in Salzburg. Dort sorgen wir im Hintergrund dafür, dass von den Finanzen bis zur Werbung alles rund läuft. In unserem Verteilzentrum in Enz wird sichergestellt, dass alles rechtzeitig und in bester Qualität ausgeliefert wird. So können wir unsere Kundinnen und Kunden in den Filialen immer zu den neuesten Produkten beraten und in den dm-Frisseur- und Kosmetikstudios echte Wow-Looks zaubern. Warum wir gemeinsam erfolgreich sind? Weil hier Menschen arbeiten, die lieben, was sie machen und leben, was sie lieben. Ich liebe es, mich weiterzuentwickeln. Und das geht bei dm voller Gurt, weil es so viele fachliche und persönliche Weiterbildungen gibt. Das hilft mir dabei, besser zu werden, bei meinen Aufgaben und in der Zusammenarbeit. Mir ist meine Gesundheit voll wichtig. Ich möchte aber nicht nur gesund sein, sondern auch gesund bleiben. Körperlich und psychisch. Und als Gesundheitsbotschafterin habe ich die Möglichkeit, dass ich meine Kollegen und Kolleginnen dabei unterstütze, gesund zu bleiben. Meine Aufgabe ist, Lehrlinge zu unterstützen. Und diese Aufgabe nehme ich sehr ernst. Und ich merke auch, wie sehr die Lehrlinge aufgehen, wenn man mit ihnen arbeitet, sie ernst nimmt und fördert. Für mich persönlich war die Karriere immer sehr wichtig, aber auch die Familie. Für mich war es klar, ich möchte eine Familie haben. Und bei dm lasse ich das wunderbar an den Hut bringen. Ich bin schon 20 Jahre beim dm. In dieser langen Zeit habe ich mit sehr vielen Menschen zusammengearbeitet. Wir sind alle verschieden, aber gemeinsam stark und meistern jede Herausforderung. Bei dm gestalten wir Zukunft gemeinsam. Vom nachhaltigen Sortiment bis hin zu unserem sozialen Engagement. Wir schauen auf unsere Kundinnen und Kunden, aber auch auf uns selbst. Wir bei dm leben Arbeit anders. Wir bei dm arbeiten gerne. Und darauf kommt es an.